Musik Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch da draußen Herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Jump'n'Run Ich hoffe ihr habt gut geschlafen Yo, wir spielen die Map von Bayexotex Und zwar Basti Zocks Zockerzimmer Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an Sorry für die lange Ladezeit Hallo und willkommen zu dieser Map Eine Doppel-Map Diesmal mit Lucky Blocks und Doppelzimmer Äh, Zockerzimmer, falls du Basti bist Ich weiß nicht, wie dein Zockerzimmer aussieht Ich denke, aber so in etwa Okay Äh, mach mal eine Roomtour Hab ich schon Äh, ich suche auf YouTube Ich hab ne Dingsesbums Okay, gehen wir erstmal hier hin Okay 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 Hat der schon mal gut Äh, da Wuii Alter Hä Was ist los Nein Wop, wop, wop So Okay, jetzt bin ich safe Okay, gut Leute Ich wollte mal in dem heutigen Video so ein bisschen ansprechen Nein, scheiße Ähm, ich wollte mal in dem heutigen Video ansprechen Wie ihr so das momentane Thema seht Was da los ist mit, äh, Minecraft Also hier, ich hab ja da so, nein, ich mein nicht ich Aber, ähm, Klangarn zum Beispiel Der hat ja da so ein Video hochgeladen Mit dem Verfall der Minecraft Szene Und, ähm, ich finde persönlich Also die Minecraft Szene an sich Verfällt nicht Ne Es sind nur einzelne Schwarten, sag ich mal Die, äh, verfallen Beziehungsweise die Einfach Das RTL Des, ähm, Minecraft sind Und, äh, ja Ich finde einfach Da gibt's einiges Was einfach überhaupt nicht geht Und, äh, Klangarn hat es ja Kritisiert Zum Beispiel den einen, äh, hier Namens, äh, Skyguy Oder hier, ähm Destroys Und, ja Ich finde einfach Also meine persönliche Meinung ist Das geht überhaupt nicht Einerseits aus Sicht Eines normalen, ähm, YouTubers Hier, also ich Als Bastelzock Kann das Absolut nicht gut heißen Und aus meiner Sicht Als Erzieher Ich finde das Einfach Keine Ahnung Also Einfach Eine absolute Frechheit Was die da für Videos hochladen Was für Thumbnails sie benutzen Ey, Leute Ich hab Diese Szene War mir total Also, war mir Nicht bekannt Ich seh das Und ich denk so Alter Was geht da ab, Mann Was ist da los Leute Ich möchte mal Einfach mal wissen von euch Habt ihr mal von denen Ein Video geguckt Von denen Ey Ich war einfach Ich war einfach geblättert Diese Da Mir fehlen die Worte, Leute Habt ihr dazu schon mal Was gesehen Wenn, ja Schreibt mal bitte eure Meinung Zu diesen Äh Ja Äh YouTubern Schreibt da einfach mal eure Meinung dazu Ich persönlich finde einfach Das ist Ja Das geht überhaupt nicht Nicht wundern Ich hab zu Fodl gesagt Okay Okay Lass Basti auf den Computer bauen Wollte aber Das sagen Lass Basti neben den Computer bauen Auf den Computer Okay Jetzt bin ich auf dem Computer Hier Aha Okay Was steht hier Dass es da weiter geht Alles klar Also die Map Finde ich schon mal sehr cool Hier Fußballklotzen Da hinten ist mein Keyboard Richtig cool auf jeden Fall Die Map hier Die ich gebaut habe Okay Ähm Zurück zu dem kleinen Thema Was ich mir ausgesucht hab Ähm Ja Ich Wow Wie geil Wow Okay Also Ich finde das Einfach Absolut Unter aller Sau Wie kann man sich trauen So etwas Hochzuladen Und dann noch sagen Man will aufklären Und eine Vorbildfunktion Zeigen Ich hab gestern gedacht Ich höre nicht richtig Vorbildfunktion Ey Ich fall vom Glauben ab Weißt du Das Das verblödert Die Kinder von heute Das ist Ey Das geht gar Ey Ne Ich muss mich jetzt auf diese Map Konzentrieren Und ich bin auf eure Kommentare Gespannt Hier Lucky Blob Okay Oh Ja geil Ähm Springen ist heute irgendwie so eine Nebensache bei mir Kann das sein Von daher Äh Ja also 18 Fails hatten wir schon ewig nicht mehr Ne So Okay Was steht hier Nether Stern Alles klar Hier ist ein Nether Stern Seit wann kann man auf Oh Hier Ein Illuminati sein Nice Auf jeden Fall Richtig cool hier Ähm Ja So Also Ziemlich oft gefällt heute Aber ja Gut Äh Kriegen wir hin hier Denk ich die Map So Und zwar in unter 10 Minuten Das ist mir nämlich das Wichtigste Dass wir das alles in unter 10 Minuten kriegen Damit ihr vor der Schule da Was richtig Geiles noch am Start habt Und jo Wow What the fu Hä Da war ein Da ist ein Creeper Scheiße Hä Warum ist der unsichtbar Warum ist nacht Hä Sag mal Wie komisch ist das denn Hä Äh Okay Alter Okay Kurz warten Ey Das geht Hä Du sehst den Creeper ja nicht mal Wow Okay So müsste es gehen Scheiße man Mich haut es Hä Wo haut es mich denn hin bitte Nur nach hinten Hä Dieser Drecks Creeper Na Ja Amen Okay Yo Wir cheaten Nein Spaß Okay Ein bisschen was können wir überspringen So Zack Nein fuck Geil Darf ich das nochmal machen Nein Okay Wow Okay So Ähm Ja Ich will zu dem Checkpoint hier So Und jetzt können wir von mir aus hier zurückspringen Oh Aua So Und jetzt können wir es nochmal machen Wop 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 So Checkpoint Yay Okay cool Ähm Dann hier dran vorbei Wop 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 Ich verstehe nicht warum Nacht ist Verstehe ich gerade absolut nicht Hat er das so eingestellt Kann man denn das Nein Kann man denn das so einstellen Ach ich weiß Ich weiß warum ich so dumm springe Ich weiß es jetzt endlich Jo man ich habe es geschafft Ey warum ist es so dunkel man Das finde ich mega schade Das seht man halt Ey absolut nicht viel Moment Ich gehe jetzt mal kurz hin Grafikeinstellung Shader Muss ich leider ausmachen dann Weil man da halt absolut nichts sieht So Zack Zack Also wenn ihr so eine Map macht Ich würde mich freuen wenn da ein bisschen mehr Licht mit am Start wäre So Zack Und zack Und zack Huch Wop 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 Zack 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 Und zack Und wop So Bilderhalle Alles klar Okay Wo ist das Bei Exotex Okay Panda Army Und bei YouTube Bei Exotex Also könnt ihr gerne vorbeiklubschen Bei den beiden Hier Wodel Okay heißt Wodel Army Ja okay Auch vorbeigucken Na Dann haben wir hier halt noch Creeper Mc.net Ist anscheinend ein Server Also Ich zeige euch das ist einfach mal Könnt ihr ja vorbeiklubschen Wenn ihr da Bock drauf habt Und dann würde ich sagen Danke fürs Spielen Falls du Basti bist Ähm Ja 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 Hier Blablabla Lest das alles mal Irgendwas mit Die Klasse von 5A Von Königs Olga Stift Okay Ja ich grüße die auch Okay Und drei Tage Arbeit Coole Map Auf jeden Fall Finde ich Also finde ich wirklich cool Deswegen Zack 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 Und ich würde euch sagen Äh Jo das war's Bis zum nächsten Mal Haut rein Und tschüss Wunderschönen Tag Wünsche ich euch Outro